um Körner von Stellen zu entfernen, an denen eigentlich glatter Zahnschmelz sein sollte. Der Mund war so trocken, dass er nicht mal genug Speichel zusammenbekam, um auszuspucken. Stattdessen schluckte er. Warum zum Teufel dauert das so lange? Dieser Kommandobunker bringt mich noch um. Romeo, der Nebencamper saß, war der unerfahrenste Ziel der Truppe und hatte sich den Ruf erworben, extrem quengelig zu sein. Trotz dieser Unzulänglichkeit hatte der Junge bewiesen, dass er unter Druck ein verdammt guter Schütze war. Außerdem durfte man sich nicht beklagen, wenn man der grünste Ziel in einer Tier-One-Einheit war. Das taten die Draftpicks in der ersten Runde der NBA schließlich auch nicht. Hauptsache, man gehörte dazu. Das liegt nicht am Kommandobunker, Bruder, meinte Kemper. Aber Captain Jarvis würde nie dulden, dass Perry uns das Leben schwer macht. Schuld sind diese Spione, die vor zwanzig Minuten angetanzt sind. Die halten uns bloß auf. Verdammte Spione! Können die sich nicht einfach mal entscheiden? Die sollen endlich die Katze aus dem Sack lassen! Kemper lachte. Er hatte keine Ahnung, wo der Katzenvergleich plötzlich herkam. Romeos Verstand schlug manchmal seltsame Wolken. Allerdings teilte er die Anspannung des Jungen. Im Rahmen von SQT und Buds waren sie auf jede erdenkliche Form von Missbrauch und Bestrafung konditioniert worden. Sowohl mental als auch physisch. Nur auf eins nicht. Auf Warten. Da war das Warten in der Kaserne, das Warten im Black Hawk, das Warten im Mini-U-Boot, das Warten im Wasser, das Warten im Unterholz, das Warten im Dreck, das Warten in der Dunkelheit. Jeden Tag musste man warten. Ständig. Kemper klopfte Romeo auf den Rücken. Mach dir keine Sorgen, Kleiner. Jarvis setzt diesen Zug wieder aufs Gleis. Romeo verkniff sich eine Erwiderung. Stattdessen schickte er einen braunen Spritzer Tabaksaft durch verärgert zusammengekniffene Lippen. Kemper wich mit dem Fuß aus, um zu vermeiden, dass etwas davon auf seine Oakley-Stiefel spritzte. Das Geräusch einer aufschwingenden und dann zuschlagenden Tür ließ Kemper aufblicken. Senior Chief Perry kam aus der taktischen Einsatzzentrale, begleitet von einem Kerl in ziviler Cargo-Hose und grünem Timberland-Hemd. Der Fremde trug ein Sturmgewehr quer vor der Brust, hatte ein Pistolenholster am linken Oberschenkel und sah viel zu geleckt aus. Eindeutig ein Agent, dachte Kemper und musterte ihn genauer. Das Gewehr des Typen hing immerhin ordnungsgemäß über der Schulter, also schien er zumindest zu wissen, was er tat. Der Unteroffizier und der Agent näherten sich der Gruppe hölzerner Picknicktische, an denen Kemper und der Rest der Jungs bereits seit 40 Minuten saßen, in voller Montur, bereit zum Aufbruch. Das ist Jones, stellte Perry seinen Begleiter dem Team vor, wobei sein Alabama-Akzent heute besonders ausgeprägt war. Kemper schielte über den Picknicktisch zu Thiel, der mit den Augen rollte. Agenten hießen alle, entweder Jones oder Smith, schien ihm. »Jones wird uns bei dem Einsatz begleiten«, fuhr Perry.